Vor kurzem war ich bei Basti Schmidt im Podcast und wir haben über verschiedene Gegebenheiten gesprochen, vor allem auch über psychologische Erkrankungen im Agenturmarkt. Und hier sind wir auf ein Thema gekommen, nämlich die ICD-Codes F-Diagnosen. Was heißt das letztendlich? Wenn du zum Arzt gehst und auf deine Krankmeldung geschrieben bekommst, Diagnose F-irgendwas, dann sind das in der Regel psychologische Erkrankungen. Psychologische Erkrankungen, die beispielsweise wie jetzt hier diese F45.0, Somatisierungsstörungen, letztendlich keine körperlichen Gegebenheiten zeigen, wie jetzt auch hier definiert wird. Sie haben verschiedene Beschwerden, für die es keine ausreichenden körperlichen Ursachen gibt. Das heißt also, hier wird komplett auf die Psyche gegangen. Und das ist ein Punkt, den sehen wir gehäuft bei den Agenturinhabern oder Agenturmitarbeitern, denn hier wird häufig ein gewisser Leistungsdruck verursacht durch das Mindset letztendlich von den Leuten, die dort beschäftigt sind oder denen die Firma gehört. Denn es ist so, dass hier super viel über Vergleich gearbeitet wird. Super viele Menschen einfach merken, hey, ich will hier hoch hinaus, ich will aber besser sein als der, ich will besser sein als jener und sich letztendlich über ihre Identität auch noch falsch aufstellen und somit langfristig einfach in psychologische Erkrankungen rutschen. Und ich betreue zum gegebenen Zeitpunkt vier Berufs- und Fähigkeitsfälle oder Krankentagefälle, bei denen die Leute Geld aus Versicherungsverträgen bekommen, weil sie eben hier unter diesem Druck gebrochen sind und hier mentale Probleme mit sich bringen. Deswegen ist eine Empfehlung von unserer Seite, wenn ihr euch selbstständig macht, guck mal, ihr spart euch so viel Sozialversicherung, wenn ihr beispielsweise in die private Krankenversicherung wechselt oder weil ihr eben nicht in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen müsst. Zum aktuellen Zeitpunkt, hier Mitte 2023, besteht noch keine Rentenversicherungspflicht für Selbstständige und deswegen solltet ihr euch klar machen, hey, es macht vielleicht Sinn, in den ersten Jahren, vor allem wenn ich dabei bin, mir gerade was aufzubauen, wo ich weiß, ich bin einer besonderen psychologischen Belastung ausgesetzt, dieses Risiko auszugrenzen. Denn wenn wir uns anschauen, wie viele Leute in ihrer Krankenhaktik auch schon vor ihrer Selbstständigkeit F-Diagnosen stehen haben, dann steht hier ein strukturelles Risiko. Denn einfach sehr, 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 sehr viele Menschen werden im Lauf ihrer Selbstständigkeit mit irgendwelchen Burnout-Syndrom-Thematiken oder Fatigue-Thematiken oder Somatisierungsstörungen, Verhaltensstörungen, leicht depressiven Episoden oder ähnlichem konfrontiert sein und dann ein wirkliches finanzielles Problem mit sich bringen. Denn wenn du nicht darauf vorbereitet bist, kein kontrolliertes Einkommen mehr zu bekommen und dein Vermögen in der Regel in den ersten paar Jahren deiner Selbstständigkeit nicht aufbraucht, dann kann es sein, dass dich so eine F-Diagnose mal schnell in die Knie zwingt und zwar nicht nur business-zeitig im Sinne davon, dass du deinen Kunden nicht mehr weiterhelfen kannst und dass du deinen Aufgaben nicht mehr weiter nachgehen kannst, sondern eben auch, dass dein privates Vermögen einfach gegen Null läuft und dann musst du dir Geld leihen und da stehst du halt einfach sehr, sehr, sehr schlecht da und hast noch zusätzlich den finanziellen Druck. Und deswegen ist eine ganz klare Empfehlung von unserer Seite, wenn du Agenturinhaber, Coach, Berater, Trainer oder generell einfach Selbstständiger bist, wo du weißt, hey, ich habe hier einfach ein höheres Belastungslevel, dass du dieses Risiko ausgrenzt, indem du dir eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließt und oder ein Krankentagegeld vereinbarst, dass wenn du eben mal eine längere Zeit ausfällst, einfach finanziell nicht so hart auf die Schnauze fällst. Und wenn du wissen willst, wie sowas aussieht, was sowas für dich kostet, dann ist es dann nicht mal so teuer in den meisten Fällen, das ist darum, wie die meisten Leute, dass es super teuer ist, aber es kostet nicht so viel Geld, um am Ende dieses Risiko auszugrenzen und da solltest du einfach für gewappnet sein. Dann solltest du dich einfach eintragen bei uns auf der Webseite unter www.vetter-consult.de für ein kostenloses Erstgespräch. Wir zeigen dir, wie man diese Risiken bestmöglich ausgrenzt und natürlich auch, wie man sie am Ende versichert, damit Kohle auf den Tisch kommt, wenn dir sowas zustößt. In diesem Sinne weiterhin gute Umsätze, viel Erfolg, wir sehen uns im nächsten Video und bis bald. Wir sehen uns im nächsten Video.